Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Session Need for Speed World wieder mit mir dem Flo und dem Marco Genau Letztes Mal war es ja ziemlich witzig und wir wechseln uns jede Aufnahme Session einfach ab und wenn noch jemand mitspielt, mit dem auch noch dann mal Genau Klicken wir erstmal eiskalt zur Welt Trotzdem ist mir der Sound zu laut Achso scheiße, jetzt habe ich keine Testaufnahme gemacht Er wird schon passen Ich schaue mir einfach nach der Folge Er ist schon flutschen Werfts Fürst kann ich schließen, so hatte das übernommen Ne, warte So So Ne, hab ich nicht Äh Anwenden Nein, was macht der jetzt hier? Okay, ah jetzt Ja, ich hab die Finger schon wieder so reflexartige auf wie ASD Du kannst, äh, ja, also bei Rivals am Anfang, äh, war ja Pfeiltasen nach vorne Gas geben und A.D. war lenken, what the fuck? Also da hat die rechte und die linker hat dann was zu tun Ja, okay, warte, das geht eigentlich sogar Ja, das Teleportest du dich zu mir, ja Kann ich machen, äh, oberfreundlich Mit deinem Z4 Genau, äh, zum Freude teleportieren Ja, ich fahrtsduchtig durch Ja, ich fahrtsduchtig durch Ja, ich fahrtsduchtig durch Ja, ich fahrtsduchtig durch Äh, also bei dem hier Machen wir Ja, warte, auf die Plätze Fertig, okay Multiplayer Woho So, suchen Ich fahr da mal mit ASD, dass ich So, teilnehmen Ja, du bist Wahrscheinlich die erste Runde wieder alleine, aber dann Was ist schon geil, das Auto Ja, logisch Aber wenn wir jetzt öfter spielen, also so wie gestern, gestern hab ich Ja, ich möchte nochmal mit einem anderen Fahrzeug, 40.000 gemacht, und vielleicht mit deinem Porsche fährst Und ich fahr mit meinem Nissan, weil dann kriege ich auf dem anderen Fahrer vielleicht mal die zwei Millionen zusammen Ach, wir sind jetzt alleine, oder? Ja, okay Perfekter Schlag erstmal Ja, sag mal So, deutlicher zur 600, noch was von tausend zuair Porg sein gesetzt Ich bin Frontal gegen der Mauer gefahren D Heinz Nein j ja und jeder wählen sie die Art der Minimap ja ich möchte die ganze Zeit ich muss das wieder reinkommen bloß sind sehr gerne ein Tag er hat dazu das erste Rennen letztes Mal was auch nicht vorallt der Faszen wenn es hier erster 2 da was noch länger bis du kommst naja verstehst du dass ich die Schöne krischen kann nachkacken verschiebt die Baustrufe 23 von 30 mehr mal fahren ja ich habe Leistungsteil Street Drive Street Reifen Street Reifen er muss sich danach haben wenn man andere Treffen machen da Prozent einbauen Haltbarkeit 100 Prozent nicht gestoppt das wird es gibt wie du so eiskalt über die kleinen Bremscheiben vorne 1 sind viel fetter und hinten das sind sie ungefähr gleich in davon habe ich die stylisch gelochten sie saß es müssten wieder zu zweit waren dort eben vor der Werte zu zweit fahren wo man dann aufhören und ein anderes werden ich würde sagen warten oder okay aber dann wenn nächstes mal nix ist weil da kann ich meine Skillmots und jetzt aber warte ich tue mal schon die Chat-Royce Alter jawohl jetzt kommen sie alle Hammer nice ja okay der Audi hat auch das vielleicht ein bisschen übermotorisiert aber ich würde sagen dem auch mal fertig Porsche und was ist das noch Nissan 200 SX schade die konnte ich nicht mal antworten ich habe nicht schrieben Art Germans hier er hat jemand geantwortet Scheiße so ein Kackstart wo er immer das Power Start machen keine Ahnung ich liebe die sich in der zwischen dem äh Nissan und eine Porsche äh wie abnormal geht bitteschön der 200 SX ab da ich bin davon gefahren eiskalt ist der Audi eigentlich noch dabei dann gewesen Kacke das ist das finde ich scheiße er hat wohl ziemlich gerne jetzt bin ich für die gleiche Platzierung vorher er hat ich muss mich ja hier schämen für dich ich habe die Leracht überholt er wahrscheinlich hier mit Geld das alles gekauft aber kann nichts fahren den er auch ganz sehr hast du ja auch ja da habe ich in der Kurve überholt obwohl ich aus gefahren wird habe ich ihn überholt es bin ich das zweite und ein dort dieser Arsch hat mich so abgedrängt Neue jetzt werde ich jetzt werde ich noch dritte Acht nein nein abkommst als der Gäste aber ich dachte schon ich hätte die ausgeschüssen Paul ist der 5.0 weil ich da hängen bleibt und so schön an euch beiden weitergezogen und schon wieder Pro Reifen nicht verkaufen eine Minute dabei kann ich mal schnell wieder einstellen ich bin erstens fest schließen und zweitens keine Ahnung ein Dörmach mit der selbe hat dich oder geht noch ich glaube ich habe mich wieder selber oder ja warum hat er sich wieder hoch geredet dass ich mich selber das mag ich nicht so als kann ich wieder weiter der Chat schreiben Archer ein paar Jahre jetzt hier bitte was ist hier Hello Art Germans hier Hello Germans was jetzt sind wir nur noch es ist nur noch der Jumi ist jetzt gekommen die Jumi Kamaru ja klar äh geilen Ford Crown Victoria Police Interceptor ich hab hier was wird zu mir geschrieben hat alter Hammer Kahl der geschrieben Juni ist doch logisch nicht äh Jumi ich verstehe das nicht ich glaube ich nicht aber der Fährten Ford Crown Victoria Police Interceptor mit mir hast du gesehen er er liegt habe ich es mit dem der auf mit dem Power Start aber mehr backen die Folge um ich kann durch die Durchfahrt durch die andere dort schiebt hat welchen Tieters eingeben da kann das aufgehört zu packen jetzt sagt ich bin durch die Euro vorliegt dem einsteigen die Kurve schon wieder nicht schön genug wurde anders auf dem Dach gelandet das war ein Auto der Punkt ist nicht mehr da durch diese Blüten Engel hier total quergestanden wird das Rennen kann ich vergessen vielleicht noch dritte aber damit ganz viel Glück dritter vor allem weil ich auch so viel Fehler machen Glückwunsch wer wird noch dritter werden dann kann ich mir in einem Ort achte vorlesen er dritte auf die Ferne nicht so gut ich muss immer schön in Kurve neben wort wer nicht geht es jetzt hier wieder zu langweiligen schweiger Anfall schweiger nicht ich habe es in erster rei bleibt 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 da ist er ehrlich mal ein nein und es erscheint die Woche kann muss der schneller sein er ist klar du bist zu langer führte er stimmt bei mir bis jetzt auch auf einem vierte ich bin kurz dritte gewesen zu wieder viel Arbeit tausend nicht betritt daher also ich kriege die Karte von dem dritten er wird das Recht sein aber ich wollte hatten er würde ich sagen sie man es in der nächsten Folge wieder bis dahin tschüss